Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Kompakt Klaustrophobias und mit mir die lieben Zillanz und den lieben Herrn Malz. Hallöchen. Erstmal vorne vor Disclaimer gegenüber von mir, also auf einer anderen Straßenseite ist eine Baustelle und falls man ab und zu mal Geräte hört oder sowas, kann ich nichts gegen machen. Hust. Dann, wie im Info-Video angekündigt, versuchen wir jetzt kompakt siebenmal die Woche um 16 Uhr zu bringen. Wir müssen mal gucken, die erste Woche wird es ein bisschen schwer, weil ich halt Klausur schreibe und Tom nicht aufnehmen möchte und so. Was? Ne, also wir haben halt nicht geschafft vernünftig vorzuproduzieren und wir haben jetzt aktuell Montag, also wenn die Folge auch Montag kommt, ja. Und das nächste erstmal vielen Dank für das, ja, ich sag mal positive Feedback kann man schon bald sagen, oder? Ja. Also kompakt geht halt richtig durch die Decke, das freut uns beide massivst. Ähm, da wollen wir jetzt heute auch ein bisschen weitermachen. Und zwar die, also ist Ziel, ich sag jetzt mal in den nächsten paar Folgen, dass wir die nächst bessere, ähm, Dinge bekommen. Äh, hier. Kompakt Maschine. Genau, hier bitte Wort einfügen. Ich hab Wortfindungsstörungen. So, was brauch ich noch? Ich brauch noch ein bisschen Redstone, davon haben wir ja so wenig. Äh, ich brauch noch ein bisschen Zinn, wovon wir gar nichts haben. Wir haben keinen Zinn. Zumindest nicht durchgeschmolzen. Äh, lass ein bisschen was drin. Ja, zumindest nicht durchgeschmolzen. Ah, nein, gut. Ähm, was brauch ich noch? Dann brauch ich noch Glas. Haben wir noch Glas? Natürlich nicht. Kann ich dir aber gleich geben. Ähm, ja, mach mal bitte. Aber du kriegst nur eins. Ich brauche vier. Ach du Scheiße. So, dann einmal das Bier. Ja, jetzt fangen wir draußen wieder an. Hat ja auch nur fünf Sekunden gedauert. Oh, ja. So. Das ist aber kein Glas, das ist Sand. Ja, dann kannst du auch selber schmelzen. Nee, das ist zu anstrengend. Okay, dann gib wieder her. Nee, jetzt ist es im Ofen. Gut, kann ich... Warum hab ich eigentlich... Hier, behalt den Kram. Das den Katze auch haben. Das den Katze auch haben. Müll doch mal in der Mitte haben noch mehr zu. Kaputt und schwitzen. Ja, mach ich gerne, ich weiß. So, was brauchen wir denn? Wir müssen Dust in Seward Schrein hauen, viermal. Das heißt, wir brauchen vier Dust. Mhm, Seward Schrein hauen. Ja. Ähm... Da ist Platz. Oh. Wir... Ich glaube, ich versuche auch mal noch eine zweite Kompaktmaschine zusammenzukriegen. Was hältst du davon? Mach das. Dass du vielleicht... Ja, wobei die Maschine einen eigenen Raum lohnt sich ja eigentlich nicht. Das würde ich gerne, wenn dann, im Hauptraum lassen. Ähm. Ähm. Ich muss gerade mal unsere Kisten zubauen. Warum? Weil ich hier kaputt zum Kleinen. Warum tun sie dies? I don't know. Äh. Da ist, glaube ich, der Input. Ne, da ist der Output. Da ist der Input. Und... Warum auch immer ich einen Decay-Generator im Inventar habe. Ein was? Ein Decay-Generator. Weil du den vielleicht unter der Sornel platzieren wolltest? Nein. Dann weiß ich auch nicht. Äh. Ich wollte es eigentlich daneben platzieren. Also, geh mal weg hier. Wie? Ich brauch den Platz. Ich mach gerade noch eine Kompaktmaschine für dich. Extra nur für dich. Damit du mir mein Inventar nicht vollmüllst. Äh. Was muss man nochmal daneben stellen? Uran, oder? Uranium-Block. Ah. Okay. Ach du Schande. Ich brauch so viel. Ich glaube, das kann dauern. Ich bin mir aber nicht sicher. Also. Dafür müssen wir Pflanzen da durchjagen. Ich hab's mal auf, wenn man Inventar vollzumüllen. Nein, nein, nein. Das ist alles so geregelt. Merke ich schon. So. Äh. Was brauchten wir dafür jetzt? Eins von denen sind drei von denen. Das heißt, ich brauche 24 sogar. Ach du Schande. Ich verbrauche mal kurz unser ganzes Getreide. Macht ja nichts, oder? Ja, mach mal. Ist ja nicht so, dass ich kein Essen mehr habe, aber mach. Ja, ich hab noch fünf Brote oder so. Passt. Ist nicht mein Problem. Okay. Ja. Ähm. Gehen wir mal da raus. Interessant. So. Dann hab ich einmal das. Was brauch ich noch? Sworddust. Scavenge. Kann doch sein, dass ich hier keinen Borm mehr drauskriege. Äh. Oh, 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 das hört laut in der Aufnahme Was denn? Die Baustelle Hä, wieso? Bei mir hört man die gerade gar nicht Ach, das ist das, den ich durchziebe Huch Interessant, ich höre den gar nicht Ne, was macht der mir so Geräusche? Ach, die Sormel Sag doch früher, dass du gerade Geräusche machst Achso, ich mach da Geräusche Ja Woher haben wir Strings bekommen? Weiß ich nicht mehr Äh, was kann ich denn sonst vielleicht machen? Sawdust brauche ich Wie viel Strom braucht man dafür? 3000 Ach, du Scheiße Ich, ähm Ich bin gerade am überlegen, den Steam Dynamo herzuholen Aber nein, wir brauchen erst die kompakten Maschinen Ah, brauchen wir bekommen Und ich brauche Holz Ja, davon haben wir noch ein bisschen was Sicher? Falls du das nicht wieder verbraucht hast Hi So Du musst selbst wirklich für gelben Farbstoffe Sulfur in das Wasser schmeißen Und ich kriege ja nichts Ist das nicht genial? Ja Äh, wie viel Strom braucht das? 1600 Was ist denn jetzt los? Ähm, shit Äh Hä, warum läuft denn das nicht? Ach doch, jetzt läuft's Bin gerade übrigens aus unserer kompakten Maschinen rausgefallen und fast gestorben, weil ich im Weil ich in das Sieb gespawnt bin und runtergefallen bin Wie ist das geschafft? Wurde vom Sieb runtergedrückt Kannst du nicht, wahr? Nein Willst du glaube ich haben? Gehst du mal weg? Warte, ich brauche erst Äh Hau ab Ich komm gleich nach So Hier Okay Und den Decay Generator baue ich drüben auf Ja, da ist auch mehr Platz Ich hoffe, dass wir da Nicht ganz so viel Äh Strom brauchen wir wieder Oh, Mist Es gibt auch mein Sprachrad gecrashed Nein, doch nicht Nein Es gibt ja ein Crafting Calculator Kann man glaube ich Im Winter craften Ja Äh, übrigens Man kann Angebt Ah, man kann die Teile wirklich benennen Wir haben nämlich den Tipp bekommen, dass man die benennen kann Ja Dann hat man Maschinen und ein Farm Mach mal hier, ähm Ja, keine Ahnung, wie du's nennst Überleg den Namen Maschinen Einen sinnvollen Namen Oh, das ist falsch geschrieben Oder? Was? Das ist falsch geschrieben Mit langen Ige Äh, ne Also das ist jetzt englische Schreibweise Ja Wollte ich ja auch Achso, okay Machst Deutsch Ich mach Englisch, gut So Ich fahrt jetzt nur Ach, shit Wir haben ja keine Wasserquelle Könnte sein Ah, ne Hast du gerade was zu tun, oder? Ja Ich hab immer was zu tun Ich bin nicht du Ähm Was? Hat nur im Hals gekratzt Achso, okay Uh, die Soundmill ist voll Heißt, ich kann Strom verbrauchen Äh, was brauch ich denn noch? Ah, hier passen 20.000 Items von einer Sache rein Cool Brauchen wir mal In die Cache Äh, ja Weil wir auch von irgendwas 20.000 haben Oh nein, ich kann nicht mehr abbauen Du brauchst ne Ranch dafür Weiß Äh, hä Interessant Oh nein Was ist mit Sand? Was? Sand? Was hättest du mit Sand? Will ich doch gar nicht So Hab ich verstanden Nein, ich hab oh nein gesagt So Ja, hört sich so ähnlich an Ja Fast Äh, hier übrigens Also heute mach ich mehr Quests als du Du bist ganz schön unproduktiv Aber Ich mach aber die wichtigeren Quests als du Lügner Nein Äh, wie krieg ich denn jetzt Sworddust am einfachsten? Meine Güte Für mich grad gemobbt Ähm Weil wir können halt Keine Dark Oak Also wir können halt keine Bretter Äh, hier Planken reinschmeißen Dann baue ich halt ein Fenstgate Äh Ich mach das lieber Ach was Das gibt wenigstens 125% Chance auf Sworddust So, ich helf dir mal Damit ich auch mal produktiv Warum krieg ich den ganzen Schrott ab? Oh, ich krieg den ganzen Schrott her Hier Monstrum So Da hast du das Jetzt bin ich auch produktiv Und hier Jetzt bin ich nochmal produktiv Bam Jetzt staunst du, was? Nee Äh, wir brauchen Nita Äh, hast du meine vier Dust? Haben wir ernsthaft? Du hast mir keine vier Nita gemacht, oder? Ich sollte keinen Nita machen Äh, vier Dust meine ich Hier, bau ab Doch, habe ich dir gemacht Aber ich, du hast es mir wieder gedacht Da habe ich es versieden Bau ab Ich bin doch schon dabei Ich habe keinen Hammer Ja, los Schneller Heute noch Ja Wir haben nicht vor Eine Mauer zu bauen Ja Wir brauchen die Mauer Also ich sage jetzt nicht Dass ich dir eigentlich schon Eine neue Maschine bauen könnte Ja Das wäre natürlich ganz nett Aber So bist du ja nicht Ich weiß Das sowieso nicht Wir haben nur ein Problem Aha Wir müssen Äh, mehr Kutieren Hm? Mehr Kutieren Müssen wir Ach Interessant Wenn wir in Sewage Pooped BioBlend Reinschmeißen Kriegen wir Poop raus Warum habe ich das Rezept Eben nicht gesehen? Ich habe unsere letzte Poop Gerade verbraucht Oh Ups Ey, wir können Stahl auch Im Induction Smelter machen Wir können Stahl schon machen Ja, weil wir mal eben Einen Induction Smelter bauen Der kostet nicht viel mehr Als dieses Hormeldu Horst Ja und? Mach den Nein Ich brauche jetzt Stahl Für den Stahl Sag, wie viel Lab ist Äh, Metal Press Äh Ich finde es interessant Dass wir eine Quest haben Die wir noch gar nicht machen können Warum? Weil wir noch keinen Stahl haben Wir können doch schon Stahl machen Du Horst Wir haben aber noch keinen Stahl Dann mach Nein Mach Warum bin ich ein Horst? Siehst du so aus? Ja, du siehst so aus Wie ein Horst Du hast Kopfhörer auf Ja Die von deinen Ohren abstehen Ja Dann muss man ein Horst Die fliegen um dir rum Das sagt der, der nicht mal einen eigenen Skin hat Was? Hier, guck mal Da Oh, cool Brauchen wir Ja, definitiv Vor allem genau da So Brauchen wir Platz Ist das gerade dein Ernst? Ich komme nicht mehr an die Workbench Ich brauche gleich eine zweite Workbench Ne, hier ist kein Platz für eine zweite Mega Ich brauche eine neue Welt Wofür? Weiß nicht Ja, also Du kriegst keine neue Ich mach mir eine neue Mensch Brauchst du gerade einen Indunctions-Melter? Nein Was viel Wichtigeres Scheiße Ich frage mich zwar ehrlich gesagt Wie wir den jetzt so benutzen Aber Passt schon Weißt du was ich mich frage? Was denn? Wo ich jetzt hier noch Koppels an abbauen kann Ach, hier oben Über dir Angenehm Ich befreie dich mal von deinem Leid Ne, ist eigentlich ganz angenehm Würde ich sagen Weil du mich nicht sehen musst So Dann Äh Unused Unused Achso, man muss erst einmal rein Okay Trottel Ähm Lock for other players Schnell rein Da musst du dich jetzt einmal rein So Ähm Wie nennen wir das? Leere Raum Leere Raum So Doch Ähm Das muss so Ich muss gleich Ich muss hier was machen Ganz ruhig Ich frage jetzt mal nicht nach Ähm 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 Ich würde dir sagen Ich würde dir Vacation in hell Ich denke wieder Du hast dieses Kuchen Was du hattest Yay Wir haben einen Kuchen bekommen Ich will keinen Kuchen Ich schon Schenk den Ne Ich habe hier platziert Scheiße Dann wird wir noch weniger Platz haben Wir können jetzt Tiere drin spawnen Ne Spaß Ich will das für Baume Ähm Ja Ähm Ich habe keine Ahnung was ich gerade bekommen habe Äh Sneak mal die ganze Zeit am besten Scheiße Was habe ich denn jetzt gemacht? Weiß ich nicht Ich wollte doch nur Wolle platzieren Jetzt habe ich die Die Compact Machine Woll gefärbt Ähm Oder gepolstert hat er gesagt Äh wie? White Padded Compact Machine Komm mal rein Ich will irgendwie nicht Wie ich es gepolst hat Okay Ich bin jetzt dagegen gelaufen Ne Kriege ich das wieder weg Ich brauche die Wolle Ich vermute mal nicht Scheiß Dreck Sieht nicht danach aus Kacke Haha Haha Gut aber wir sind auch bei 16 Minuten Ich würde sagen Ähm The Cake is a lie Was? Oh nein Wir können hier verschiedene Sachen essen Wir kriegen Herzen Ich habe zwei Herzen bekommen Guck mal wie das in der Machine Woll aussieht Ja Die können wir doch wegschmeißen Warum? Die sind dann nicht mehr zu gebrauchen Die müssen wir entweder ganz ausfustern oder gar nicht Ähm Wir können die auch später einfach komplett wegschmeißen Ne Wir können die einfach resetten Warte Wird gemacht Was? Wie kann man die denn resetten? Warte Zeige ich dir Hi Komm ich helfe dir Hier So jetzt raus Raus? Okay Abschauen Okay Und ins Crafting-Zelt packen Geht nicht Was? Ah schmelzen Ja Das würde gehen Sorry Schlimm sowas Ne Ne normale Ne normale ja Ich habe keine Gras Ich bin da aufgekloppt Egal Das sehen sie in der nächsten Folge Dann benennen nach Leerraum um Gut Aber ich würde dann sagen Wenn ihr es geklappt Lasst Kommentarbewertungen da Etc Etc Bis zum nächsten Mal Wo wir dann hoffentlich Ein bisschen mehr Platz langsam kriegen Bis dahin Ciao 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 Vielen Dank.